Heute geht es um nicht-kubanische Kuba-Zigarren, die nicht aus Kuba kommen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über etwas Genuss. Und heute haben wir uns mal wirklich ein besonderes Thema rausgesucht. Es geht um das Thema kubanische Zigarren in den USA. Das ist nämlich ein großes Thema. Das ist ja ein bisschen ein verwirrendes Thema. Und gerade wenn ihr auch beim Zigarren-Content, zum Beispiel bei YouTubern unterwegs seid, die aus den USA kommen, dann stolpert ihr da immer wieder über Marken und Serien von Kuba-Zigarren, die ihr vielleicht überhaupt gar nicht kennt, wo euch die Banderole nicht sagt, wo euch die Serie nicht sagt. Und das Ganze hat einen Grund. Wir müssen uns dafür ein großes, böses Wort angucken. Das Wort Embargo. Anfang der 60er Jahre gab es eine minimale Auseinandersetzung zwischen Kuba und den USA. Und das führte dazu, dass es zu einem Embargo kam. Ein Embargo ist ein Handelsverbot, ein Handelsstopp. Die USA haben gesagt, es wird nichts mehr aus Kuba importiert und wir exportieren auch nicht mehr nach Kuba. Das galt natürlich auch für Zigarren. Und dann gab es eine, oder beziehungsweise gibt es immer noch eine sehr merkwürdige Situation. Die Namensrechte für die ganzen Kubamarken, für Cohiba, Monte Cristo, Romeo y Culietta, Hoyo de Monterey, Ramona Iones, die gibt es einmal in den USA, liegen diese Markenrechte vor und sie liegen auch in Kuba vor. Wir kennen diese Marken als die klassischen Kuba-Zigarren, als die klassischen Habanos-Zigarren, die im Moment leider nur sehr schwer verfügbar und sehr, sehr teuer sind. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, schaut es euch gerne an. In den USA ist es aber anders. Diese Namensrechte lagen da ihrer Zeit brach. Und dann sind natürlich andere Zigarrenhersteller hingegangen und haben gesagt, hey, wir sichern uns diese Namenrechte und fangen an, Zigarren unter diesen Namensrechten zu produzieren. Und bevor der Aufschrei losgeht, und ich weiß, dass der Aufschrei kommen wird, diese Zigarren haben nichts mit Habanos zu tun. Sie sollen die kubanischen Marken nicht imitieren. Es sind einfach Zigarren, die unter diesen Marken laufen. Da geht es nicht um Fakes, da geht es nicht um Nachahmung. Das sind einfach nur Namensrechte, die da vergeben wurden. Aber das Ganze führt zu ein paar verschiedenen Konstellationen. Und diese Konstellation schauen wir uns heute einmal an. Schauen wir uns zum Beispiel diese Zigarre an. Das ist die Monte Cristo Nummer 5. Ich habe dafür ein Review schon bereits gedreht. Und es ist eine der großen, beziehungsweise der kleinen, klassischen kubanischen Zigarren. Sehr beliebtes Format, sehr beliebte Marke. Auch tatsächlich Monte Cristo eine der Marken, die immer noch mit am besten verfügbar ist, wenn sie denn verfügbar ist. Wie gesagt, das Review zu der Monte Cristo Nummer 5 ist online. Online ist eine klassische kubanische Zigarre. Alle Aromen, die man von der Bahn aus erwartet, findet ihr hier drin wieder. Klein, aber fein. Und dann gibt es sowas hier. Das hier ist die Monte Cristo Platinum Series. Churchill. Ihr seht schon, natürlich das Format ist ein anderes. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir hier die Formate miteinander vergleichen, aber die Aufmachung ist auch eine andere. Das hier ist ein US-amerikanischer Monte Cristo. Hier müsste, wenn ich mich nicht irre, Nicaragua-Tabak drin sein. Und das ist halt tatsächlich ein Tabak, der in den USA sehr, sehr gerne genommen wird. Da ist die Tendenz zu Nicaragua-Tabak und Nicaragua-Zigarren sehr hoch. Und das müsste, meine ich, auch hier der Fall sein. Aber es ist halt eine komplett andere Marke. Es geht nicht darum, dass diese Marke diese nachmachen will. Es geht einfach nur darum, dass man die Möglichkeit hatte, die Marke auch Monte Cristo zu nennen. Auch das Emblem und die ungefähre Aufmachung des Zigarrenrings sind ähnlich, aber dann doch unterschiedlich. Ich meine, alleine die Farbgebung und wenn man ins Detail geht, fällt das auch auf. Aber hier, die Markenrechte wurden einfach genutzt für eine andere Zigarre. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend. Was daran natürlich sehr schade ist für uns jetzt, diese Zigarre gibt es in Deutschland nicht, beziehungsweise in Europa nicht. Nicht, soweit ich weiß. Das sind halt im Regelfall US-exklusive Geschichten, die da laufen. Diese Zigarre hier habe ich von Zuschauer Sven zugeschickt bekommen. Die Monte Cristo übrigens von Zuschauer Jens. Das möchte ich an der Stelle nur dazu sagen. Und die finde ich sehr, sehr spannend. Ich werde diese Zigarre auch mal in Form eines Reviews verköstigen. Dann natürlich mit dem Hinweis, es ist eine US-Zigarre. Wenn ihr mal die Möglichkeit habt, in die USA zu reisen, könnt ihr euch sie anschauen. Aber ansonsten, wenn ich sie mir anschaue und sie riecht leicht, leicht nussig, leicht erdig. Sie hat eine tolle Haptik. Sie fühlt sich gut an. Es ist eine Premium-Zigarre in meinen Augen. Die halt einfach den Namen Monte Cristo trägt. Aber hier dann im Fall die Platinum Series und nicht eine Monte Cristo Nummer 5. Weiß ich nicht, White Edmundo oder was auch immer. Sondern halt einfach eine andere Monte Cristo. Das heißt, wir haben einmal die Konstellation, dass wir es mit Zigarren zu tun haben, die wir so gar nicht kriegen und die in Form einer eigenen Marke laufen. Ein ähnliches System, aber ein bisschen anders, finden wir in den USA auch noch vor. Dafür gehen wir mal hier rüber. Diese Habanos, die kennt ihr so, beziehungsweise so ähnlich. Das hier ist die Ramona Iones Gigantes. Im Format Specially Selected, im Wesentlichen ein Robusto-Format, habe ich die Ramona Iones bereits für euch reviewt. Und die Gigantes hier geht auch auf Zuschauer Jens. Nur damit ihr das auch wisst, damit er auch erwähnt ist. Und es ist wie gesagt auch eine große klassische Habanos-Marke. Weit und breit bekannt. Eine wirklich der klassischsten Marken. Also die, man sagt oft, die Ramona Iones Specialist Selected. Das ist quasi so eine Messlatte für typisch Kuba. Dem würde ich jetzt, nachdem ich sie reviewt habe, damals auch zustimmen. Aber dann finden wir jetzt hier sowas. Und ich muss an dieser Stelle dazu sagen, diese Zigarre ist quasi nur ein Platzhalter. Es geht nicht um exakt diese Zigarre, es geht um die Marke. Das hier ist die New World Dorado von AJ Fernandes. In den USA ist es nämlich so, dass AJ Fernandes die Ramona Iones produziert. Das sind dann Ramona Iones Zigarren bei AJ Fernandes. Das heißt, wir haben da einen bekannten Zigarrenhersteller, einen bekannten Blender, der sich dann quasi die Marke unter den Namen gerissen hat und ihr noch seinen eigenen Zusatz gibt. Ich war da am Anfang offen gesagt ein bisschen verwirrt und ein bisschen überfordert und habe dann da in den Videos, also bei den Amerikanern, und habe da gesessen, wie Ramona Iones bei AJ Fernandes, was ist denn jetzt kaputt? Nein, das ist so. Und ich habe jetzt diese Zigarre, die New World Dorado, die hier geht auch auf Zuschauer, Jens übrigens, habe ich jetzt nun mal quasi als Platzhalter hergenommen, damit es die Marke ist. Es geht jetzt nicht darum, dass das die richtige Zigarre ist. Nur wir kriegen hier die Ramona Iones bei AJ Fernandes halt einfach nicht. Deswegen habe ich jetzt eine andere AJ Fernandes genommen. Aber das heißt, wir haben dann tatsächlich wirklich auch die Konstellation, dass sich große bekannte Hersteller teilweise die Namensrechte gesichert haben und dann auch einfach ganz normal ihre Serien darunter produzieren. Und ich meine, wir kennen AJ Fernandes. Der hat eine relativ große Bandbreite, ein großes Portfolio, was Zigarren angeht. Viel im Premium-Bereich, er hat auch ein bisschen was günstigeres, wie zum Beispiel die Blend 15 am Start. Aber er ist definitiv ein Premium-Hersteller, ein erfahrener Hersteller und hat sich halt einfach die Namensrechte gesichert. Auch hier wieder klar der Hinweis, es ist halt kein Schund, was da produziert wird. Es sind einfach andere Zigarren. Und dann haben wir hier drüben noch eine besondere Konstellation, möchte ich das mal nennen. Denn die hier, die dürften wohl die meisten kennen, auch die meisten Leute, die wenig mit Zigarren zu tun haben, Cujiba. Cujiba ist die Top-Premium-Marke aus Kuba. Es ist quasi, es war viele Castros Privatlabel, wenn man so möchte. Er hat sich das Label halt unter den Nagel gerissen und hat gesagt, die stehen quasi unter meinem besonderen Schutz, weil das sind meine. Das ist eine Cujiba Esplendidos. Ich habe schon oft von der Zigarre erzählt. Es ist eine Zigarre, die ich geschenkt bekommen habe. Die kostet mittlerweile 111 Euro. Deswegen hüte ich die auch wie ein Schatz. Die wartet nun seit über drei Jahren in meinem Humidor darauf, vernichtet zu werden. Und sie riecht toll. Erdig. Ledrig. Cremig. Hat diese typische Kuba-Kombination von den Aromen drin. Wirklich sehr, sehr toll. Und daneben habe ich eine Zigarre liegen, die auf den ersten Blick überhaupt nichts damit zu tun hat. Das ist die Silenzio Red Dot. Und wenn wir das jetzt mal... Also die beiden haben ja mal gar nichts miteinander zu tun. Was ist da denn los? Bisher war es so, dass wir bei den, ich sag mal, anderen Zigarren nie die Möglichkeit hatten, sie in Europa zu kaufen. Die Silenzio ist die europäische Variante beziehungsweise die Nicht-US-Variante der US-amerikanischen Kuhiba. Auf diesen Zigarrenring steht in den USA Kuhiba drauf. Und das ist spannend. Sie haben sich natürlich irgendwann gedacht, okay, es macht eigentlich keinen Sinn, dass wir diesen Zigarrenverkauf nur auf die USA beschränken. Wir wollen auch quasi den Rest der Welt mit unseren Zigarren beliefern. Und wir brauchen halt einfach einen anderen Namen. Und dann hat man sich für Silenzio entschieden. Das heißt, wenn ihr eine Silenzio raucht, zum Beispiel eine Red Dot oder eine Black oder was auch immer, dann raucht ihr eine US-amerikanische Kuhiba. Es sind exakt die gleichen Zigarren. Sie mussten nur einmal die Zigarrenringe umdrucken. Sie mussten die Kisten umdrucken. Und haben dann quasi ihre Zigarren in den Rest der Welt gebracht. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Weil das ist für uns die Möglichkeit, einmal wirklich tatsächlich über den Tellerrand blicken zu können, ohne dass wir irgendwie in die USA reisen müssen. Oder dass uns vielleicht jemand etwas aus den USA mitbringt. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe von den Red Dots schon ein paar geraucht. Ich habe die Black auch schon geraucht. Und ich kann sagen, das sind ganz stabile, leicht würzige Zigarren, die aber wirklich Spaß machen und stabil abliefern. Auch hier wieder, es ist kein Fake. Es ist kein billig zusammengeramschter Schund. Es sind einfach Premium-Zigarren, die dann in den USA unter einem anderen Label laufen. Und hier die Silenzio einfach mal als Beispiel, dass man auch teilweise gar nicht, ja, in die USA reisen muss, um ein bisschen US-Kuba, muss man sozusagen, erleben zu können. Und jetzt kommen wir noch zu einer besonderen Zuschauerspende, zu der habe ich neulich auch wirklich einen dedizierten Haul gemacht. Zuschauer Tino hatte die Möglichkeit, sich aus den USA halt eben genau solche Zigarren mitbringen zu lassen. Und da haben wir hier jetzt wirklich ganz spezielle Sachen. Wir haben eine Romeo e Giulietta. Wir haben hier nochmal eine Monte Cristo. Wir haben eine Haupmann. Wir haben hier noch eine weitere Monte Cristo, eine weitere Romeo e Giulietta. Und das ist halt wirklich echt spannend. Und ich kann euch eins sagen, von der Aufmachung, von der Optik, von der Haptik her, die riechen wahnsinnig toll. Das ist, ich habe richtig Bock darauf, die zu rauchen. Ich werde sie alle in Reviews packen. Ich werde dann dazu quasi eine eigene Review-Serie machen. Eine, ich nenne sie mal US-Habano-Serie, um es, ich weiß noch nicht genau, wie ich sie nennen will, aber so in die Richtung wird es gehen, weil ich mittlerweile echt einige am Start habe. Die Silenzio wird sicherlich auch damit reinwandeln in diese Serie, einfach weil sie im Prinzip ein US-Habano-Smoke ist. Vielen lieben Dank an Jens, an Sven und an den guten Tino dafür, dass ihr mir einen Einblick gegeben habt in diese Zigarrenwelt, möchte ich das mal nennen. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und ich hoffe, dass ich auch jetzt bei euch dafür ein bisschen Aufklärung sorgen konnte. Wusstet ihr, wie die Situation mit den US-Habanos-Marken ist? Macht es das jetzt vielleicht ein bisschen verständlicher, wenn ihr mal US-amerikanische YouTuber oder Content-Creator schaut oder euch da generell mal im Infomaterial bewegt? Wie findet ihr das? Findet ihr das gut? Findet ihr das schlecht? Findet ihr es verwirrend? Ist es vielleicht gar nicht mehr verwirrend? Schreibt es mir sehr, sehr gerne unten in die Kommentare oder macht es viel besser. Kommt in die Etwas-Genuss-Lounge. Kommt in unsere Facebook-Gruppe, kommt auf unseren Discord-Server. Ihr findet alles unten verlinkt. Mehrere hundert Mitglieder haben sich da schon zusammengefunden. Würde mich freuen, euch da begrüßen zu dürfen. Ihr könnt das Projekt hier natürlich auch sehr gerne unterstützen. Entweder, indem ihr mir Zigarren zuschickt, so wie es einige Zuschauer schon gemacht haben. Dann landet ihr auch auf der Wand der Spendlegenden. Hey! Ihr könnt sehr, sehr gerne auch eine PayPal-Spende oder einen YouTube-Thanks da lassen oder Patreon-Mitglied werden. Auch da werden euch reichlich Vorteile geboten. Ihr kriegt exklusive Dinge und unterstützt das Projekt hier regelmäßig. Ich kann mich an dieser Stelle nur noch für eure Aufmerksamkeit bedanken. Lasst diesem Video gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da. Und da unten habe ich euch einfach mal den Haul von dem Tino verlinkt. Wir sehen uns das nächste Mal im nächsten Video. Garantiert mit etwas Genuss.